Ich bin gerne hier scharf rechts. Boah, ist das riesig. Also ja, haha, es ist riesig, weil es Riesen sind, aber es ist echt groß und weitläufig. Nicht aufdecken, nicht aufdecken. Wie lange hält der Spruch noch? Unsichtbarkeit. Eine Stunde, 17 Minuten. Boah, und ein einzelner Drache. Ich glaube, die ganze Zeit von Missionenphase und was weiß ich, aber der ist hier alleine. Bessere Gelegenheit haben wir nicht. Komm, gib ihm. Ach du Scheiße. Ja, doch, geht. Okay, aber Lay's Zauber macht keinen Schaden, richtig? Doch, macht er. Okay. So viel dazu. Trotzdem bräuchten wir kurz den da. Und der ist gleich tot. Okay. Talia. Talana auch. Auf, lauf, 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 lauf. Ich würde gerne heilen, Lay. Genau, du. Heilung. Alle. So. Und töten, 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 töten. 73, ist gut. Und der ist tot. Wow. Okay. 250 Gold Schild. Und 280 Gold Schild. Das erkenne ich nicht. Falscher Charakter. Du, dein. Können wir das wirklich brauchen? Plus 18. Plus 10 Ausdauer, Rüstung und Trefferpunkte. Der ist sehr schön. Du hast ein neun Schild. So, was mit dir? Plus neun Bramsch. So, du hast auch ein neun Schild. Und wir haben Drachen getötet. Sehr schön. Wir kommen jetzt zwar nicht mehr lebend hier raus, aber wir haben ihn umgebracht. Oh. Er kommt. Wir laufen mit dem Zickzack. Das kriegen wir schon hin. Wir hätten gerne Fackelicht, damit wir sehen, wenn die Blitze bei uns einschlagen. Das tut irgendwie weh. Du, heilung. Saggasse? Saggasse. Das ist nicht nett. Lauf, 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 lauf. Nicht bei den Füßen hängen bleiben so. Schaden hält sich noch in Grenzen. Aber wir sind ja auch durchgehend in Bewegung. Wenn wir es versuchen würden, zwischendurch noch Schaden zu machen, könnte das ganz anders aussehen. Hier sieht es ruhiger aus. Noch eine Sackgasse. Ein einzelner Titan. Du, stirb mal. Und ich gehe mal nach Wander, damit Georg man auch Schaden haben kann. Georg man trifft für 70 Schaden. Oh, sie hat keine Sauepunkte mehr. Äh, du. Lass das mal reparieren, bitte. Und du. Gib ihr einen Trank, damit sie heilen kann. Und der Rest haut zu. Titan ist tot. 1125 Gold. Wir haben gerade ein Titan getötet. Oh, kann man stolz drauf sein. Und wir haben einen grünen Bereich. Sehr schön. Das heißt, wir plünen jetzt die Truhe da und schlafen. Das tut irgendwie. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Wir habe keinen Platz. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Einmal am Stab des Feuers stehen. Können wir das wirklich brauchen? Hält sich in Grenzen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? 250 Gold. Ich weiß ja nicht. Äh, aber wir wollen schlafen. Na? Dann hätten wir gerne dich. Dann hätten wir gerne dich. Dann hätten wir gerne... Hier eigentlich gar nichts. Dann hätten wir gerne dich. Und nachher noch die ganzen Licht-Buffs. So. Wir suchen aber eigentlich immer noch den Bogen. Hier wurden überall Sackgassen. Das heißt, es geht nur da, da und da weiter. Also halten wir unsere rechts an der Wand. Weichen die eben auch schon einfach allen Geschossenen aus. Und hoffen das Beste. Und falls wir wieder irgendwo einzelne Drachen oder Titanen sehen, dann werden die sterben. Muss jedenfalls er planen. Du da zum Beispiel. Bist du ein besserer Titan? Und checken, ob Lays Tower bei denen der Schaden macht. Ne, tut er glaube ich nicht. Das sind es die Funken? Ne, okay. Lays Tower macht keinen Schaden bei denen. Das müssen wir erstmal jetzt abändern. Du machst keinen Hirnschlag mehr. Du benutzt deine Zauberpunkte in Hilfe für Heilung. Und wir sollten immer in den Nachkampf gehen, damit Georg ihn raufhauen kann. Und wieder ein Titan-Dot. Sehr schön. So, wir sind bald abgewogen. Wir sind da hoch und links rum. Zu dem blauen Ding da auf dem Boden. Zauberstab. Oh, das ist... Zick, zack, zick, zack. Oh, das ist ein roter. Und da sind viele Drachen. Und Titanen. Das sieht wichtig aus. Hier könnte der Bogen sein. Lauf, 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 lauf. Colch. Ah, okay. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Nochmal? Nix. Ah, wo ist der Bogen? Verdammt. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Dann habe ich keinen Platz. Also nicht, dass ich probiere damit hätte, so viel Gold zu machen, aber... Können wir das wirklich brauchen? Ich hätte doch ganz gerne den Bogen. Können wir das wirklich brauchen? Überhaupt kein Bogen. Kein. Äh, lauf, 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 lauf. Ach, die Mütze nehmen wir auch noch mit. Ja, es war ein Hut. So, Heilung. Wirklich viel Platz ist hier nicht mehr. Außer es gibt irgendwo noch einen Geheimgang oder dergleichen. Hier haben wir nämlich die nächste Sackgasse. Also da oder da. Hier geht es doch ganz sicher nicht weiter? Ne. Jo, ausweichen. Lass uns... Oh, oh. Stimmt, die können einfach eine Mauer bilden und es nicht durchlassen und es durchgehend mit Blitzen beschießen. Das wäre ja nicht so schön. Aber dafür sind die nicht taktisch versiert genug. Du, Moment mal. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Du bist ein Greifenbogen. Du bist nicht der perfekte Bogen. Nein. Mehr Drachen? Da liegt irgendwelches Zeug auf dem Boden, aber das ist nicht in Bodenform. Also, egal was es ist. Das tut irgendwie weh. Komm, lass mich raus hier. Und hüpft. So. Ja, ist ein Zauberstab und... Können wir das wirklich brauchen? Ein Dolch. Ja, nee. Okay. Bleibt eigentlich nur noch die andere Seite. Das wird sich in da. Und wenn da da Bogen nicht ist, haben wir irgendwas Wichtiges übersehen. Das sieht wichtig aus. Tut's dir nicht. Regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Das kriegst du. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Keinen Platz mehr. Es ist... Dafür habe ich keinen Platz. Es tut mir leid. Kann ich dir das wirklich brauchen? Perfekter Bogen. Sehr schön. Du... Kein Platz mehr. Dafür habe ich keinen Platz. Ach, dann würde ich... Okay, wirf einfach deinen Bogen weg. Perfekten Bogen hast du jetzt dabei. Deinen alten Bogen schmeißt du weg. Und wir wollten, dass sie ein Amulett anzieht, richtig? Genau, Geistesresistenz kann weg. Zauberpunkte mit der Zeit regenerieren, kommt ran. So. Damit... ...hätten wir das Ding erfolgreich geknackt. Wir haben ein, zwei Titanen umgebracht. Wir haben Drachen getötet. Wir haben tierisch viel Beute gemacht. Und wir haben den perfekten Bogen. Wo auch immer wieder nahe... ...abgeben mussten. Und bringt ihn zu Lawrence Mark in Hamden. Okay, das kriegen wir hin. Du... ...nicht Leuchtfeuer. Stadtportal. Hamden. So. Und gleich zu unseren Händlern. Du bist ein Waffenhändler. Kauf meine teuren, exotischen Waffen. Du bist ein Rüstungshändler? Mach das gleich mit meinen Rüstungen. Die dürften alle weg können. Ich weiß nicht, was das ist. Den Umgangsschlafesworten überhalten. Der kann weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. 114.000. Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Jetzt können wir erstmal eine Weile Erfahrungspunkte sammeln, denke ich. Kein Platz mehr. Ohne bangen zu müssen, dass wir es uns nicht leisten können, die Stufen aufzusteigen. Weg, weg, weg. Weg, weg. Du noch. Du später. Die lassen wir bei ihm, damit er später einen Ersatz hat. Wenn sein perfekter Bogen weggenommen wird. Du weg. Danke. Bis dann. Guten Tag. So. Weg, weg, weg. Danke. 125.000. So. 127.000. Das ist ordentlich. Eine Achtel Million. Wenn wir so schnell anfangen wollen zu zählen. Oh. Genau. Wir wollten noch das eine Ding hier lassen. Und zwar das da. Sonst hatten wir nichts Exotisches, oder? Das erkenne ich nicht. Was machst du? Können wir das wirklich brauchen? Stab der Entstellung. Das wertvolle Ei eines Phönix wurde dem Feuer entrissen, bevor es ausgerutscht werden konnte. Und dient jetzt diesem Stab als Kopfstück. Ja, was macht es? Entstellung? Hört sich an nach Säurestrahl. Okay, behalten wir es mal. Ich würde gerne helfen. Ich würde gerne helfen. Das muss noch zu ihr. Brauchen wir wirklich noch so ein Albinist? Können wir das wirklich brauchen? Erkennen, plus 10 kann weg. Die müssen alle noch verzaubert werden. So, ganz schnell. Wenigstens ein, zwei davon. Erdresistenz plus 15. Ich sollte eigentlich anfangen, ein bisschen Resistenz-Equipment zu sammeln, denke ich. Aber durch unseren Zauber haben wir ziemlich viel. Ich denke, wir machen ein, zwei Ringe nicht so viel aus. Was wir eigentlich bräuchten, wären Ringe mit einfach nur Trefferpunkten. Oder Zauberpunkten. Weil davon können wir eigentlich nie genug haben. Weil jetzt gerade Intellekt plus 16 macht doch nicht mehr so viel aus. Weil die Sprünge, wo es später Boni gibt, werden immer höher. Also am Anfang halt alle zwei Punkte Intellekt macht mehr Zauberpunkte. Aber in diesem Bereich, wo wir jetzt sind, macht das nur noch alle 30, 40, 50 Punkte ein Zauberpunkt mehr. Oder ein paar Zauberpunkte mehr. Das ist, ja, nicht so toll. Aber die Basissachen, wie Trefferpunkte, Zauberpunkte direkt, die wären echt praktisch. So, was haben wir da? Regenierert Trefferpunkte mit der Zeit. Kriegt ebenfalls sie. Oh, sie hat schon Zauberpunkte pro Zeit. Steckt das? Warte mal. Du hast 157. 157. 157. 158. Okay. Sie hat einen Punkt regeneriert. Jetzt kriegt sie... Wo ist das Ding? Da. Jetzt kriegt sie das da. 158. 158. 158. Kann man schon mal einen Tick. 159. Nein, die stacken nicht. Also reicht es, wenn wir eins von beiden haben. Hey. Die anderen sind nicht so wirklich toll, die sie hat. Erhöhter Effekt aller Geistzauber. Trefferpunkte plus 6. Ausdauer plus 7. Kann weg. Darf lieber Trefferpunkte mit der Zeit regenerieren. Das heißt, sie hat eigentlich einen Amulett-Slot frei, weil Geistresistenz plus 22 ist nicht so toll. Sie hat noch Ringe frei. Die ist auch nicht so toll für sie. Reaktion. Selekt Zauberpunkte. Sie hat noch gar keinen Zauberpunkte regenerieren, oder? Äh, ja. Erhöht den Effekt aller Schattenzauber. Wir haben keine Schattenmagie. Oh ne. Ich sehe nirgendwo irgendwas, was Zauberpunkte regenerieren lässt. Das heißt... Das Ding da geht zu ihr. Das Ding, der kommt weg. So. Das kann eigentlich auch weg. Goodie. Äh, genug im Inventar rumgewühlt. Wir speichern jetzt ab. In der nächsten Folge gehen wir den Bogen ab und dann gucken wir, was wir machen. Ich wäre eigentlich dafür, jetzt möglichst viele Level zu machen. Also einfach irgendein Gebiet vollkommen auslöschen oder irgendwelche Missionen machen, wo wir dann auf jeden Fall einen Stufenanstieg bekommen. Aber das halt gleich, wie gesagt, nach dem Cut. Bis denne. Bis denne. Bis denne. Bis denne. Bis denne.